Hallo ihr Lieben, das letzte Mal hatte ich den Engel der Wunder vorgestellt. Heute nun der Engel der Zuversicht. Der Engel der Zuversicht ist immer an deiner Seite und bringt dir Hoffnung und Freude. Mit seiner Zuversicht ermutigt er dich, zuversichtlich durchs Leben zu gehen. Seine energievolle Kraft bringt dir eine positive Lebenseinstellung und die Gewissheit, allen Herausforderungen gewachsen zu sein. Sei zuversichtlich und erwarte für dich nur das Allerbeste. Dann kommt auch das Gute zu dir. Schließe für einen Moment deine Augen. Und atme tief ein und aus. Und lasse die Energie der Zuversicht in dich hineinfließen. Du wirst spüren, wie die Energie der Zuversicht dich tief berührt. Der Augenblick der Kraft verbindet sich mit dir und dringt in dein Bewusstsein. Alle negativen Gedanken verlassen dich. Und schönes und freudiges wird dich durchströmen. Gönne dir diesen wunderbaren Augenblick und empfange mit Zuversicht dein Glück und deine Freude. Eine glückliche und freudvolle Woche für euch. Eure DERIA 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 DERIA